Moin Moin, hier ist Dominik. Willkommen zu einem neuen Video auf meinem kleinen, aber feinen YouTube-Kanal. Heute auch wieder in der neuen Lumina Neo Version 1.19. Ich möchte heute dieses generierte Bild in Lumina Neo bearbeiten. Und ja, wir haben jetzt hier das Bild. Das ist das original generierte Bild, so wie ich es aus Stable Diffusion XL bekommen habe. Ich habe das Ganze schon mal vorbereitet und zwar habe ich das Ganze erweitern lassen mit der generativen Erweiterung von Lumina Neo, die aktuell, muss man sagen, wirklich ohne Probleme funktioniert. Da kann man nichts gegen sagen. So, das ist die erste Variante, die ich erstellt habe. Und das ist die aktuelle Variante, die wir heute bearbeiten werden. Auch diese ist mit allen drei Werkzeugen entstanden. Das heißt, mit dem generativen Löschen, dem generativen Tauschen und dem generativen Erweitern. Das generative Erweitern, wie gerade kurz schon angedeutet, klappt sehr, sehr gut. Das Löschen klappt auch besser. Das Tauschen ist so eine Sache, da muss man richtig pumpen, also man muss die Beschreibung richtig eingeben, dann geht es auch. So. Wir gehen also in die Bearbeitung rein. Und ich mache mal die Favoriten zu, die brauchen wir nämlich nicht. So. Wir gehen als erstes in die Erweiterungen. Ich zoome mal ins Bild. Hoppala. Ich zoome mal ins Bild rein. Und sage Superschärfen AI. So. Und wir sagen einfach mal, wir möchten weiterhin Universal nutzen als Modus und sagen, wir wollen das Ganze auf Mittel schärfen. Dann lassen wir ihn mal kurz arbeiten. Er ist jetzt auch schon fertig damit. Können wir uns das hier mal kurz angucken. Ja. Vorher. Nachher. Vorher. Nachher. Man sieht es, er hat geschärft, er hat sogar ein bisschen zu sehr geschärft, deswegen gehen wir jetzt von Mittel runter auf Niedrig. Und schauen mal, wie das Ergebnis so wird. Und das sieht, würde ich sagen, ein wenig besser aus tatsächlich. Das ist nicht mehr ganz so aggressiv. So. Da wir das Ganze natürlich nicht auf das ganze Bild anwenden wollen, werden wir uns jetzt gleich in die Masken begeben und eine der neuen Maskenfunktionen verwenden. Und zwar gehen wir in die Masken rein und gehen einfach mal in den Luminanzbereich, denn der ist neu. Der Luminanzbereich oder die Luminanzbereich oder die Luminanzmaske in Luminaneo ist erst seit der neuen Version 1.19 mit dabei. So, ich kann jetzt hier den Bereich kleiner ziehen, das heißt, wir möchten die hellen Bereiche nicht in der Maske haben. Und wie wir sehen, sehen wir natürlich auch, welche Bereiche wir ausgewählt haben. In dem Fall die dunklen Bereiche im Bild. Wir können das Ganze hier auch schieben, wenn wir möchten. Ja, ungefähr so. Wir können das hier weiter verschieben. Wir können auch hier mit den kleineren Schiebereglern noch weiter arbeiten. Und den jeweiligen Verlauf einstellen, wenn wir das möchten. Wenn wir jetzt beispielsweise sagen, wir sind damit zufrieden, dann gehen wir zurück auf die Anpassung. Und wenn wir uns das jetzt nochmal angucken und vorher nachher vergleichen, dann sieht man ganz klar, dass das Ganze nur auf die Bereiche ausgewählt worden ist, die wir mit der neuen Luminanzmaske in Luminaneo auch ausgewählt hatten. Ja, man sieht das. Das hat in dem Fall gut funktioniert. Wenn wir jetzt allerdings in die Masken zurückgehen oder wir gehen in die Änderungen und gehen dann nochmal in die Masken und wollen uns dann die Luminanzmaske nochmal angucken, dann können wir das mit der Anzeige bei den Maskenoptionen auch nochmal tun. Dann können wir genau nachvollziehen, wo hat er denn diese Änderungen jetzt durchgeführt oder die Schärfung in dem Fall. Wir sehen, wir haben hier sehr ungenau gearbeitet tatsächlich. Er hat Blätter mitgenommen. Alles, was in den entsprechenden Helligkeitsbereichen drin war, hat er mitgenommen. Ich wollte nur mal aufzeigen, dass diese Luminanzmasken nicht immer eine gute Wahl sind tatsächlich. Deswegen setzen wir das Ganze mal zurück. Bleiben im Änderungenbereich. Ich gehe in den Bereich der Masken. Ich persönlich mache das lieber mit der Objektauswahl. Denn man sieht hier schon, wir können hier bestimmte Bereiche im Bild auswählen lassen. In dem Fall der Kopf. Die Maske, die hier automatisch erstellt wurde, ist einigermaßen gut. Auch hier sind Bereiche vergessen worden. Das heißt, wir können uns mit dem Pinsel mal kurz noch einmal rantasten. Die Bereiche, die vergessen wurden, hier nochmal mit reinnehmen tatsächlich. Dann lassen wir uns die Maske insgesamt nochmal anzeigen und sehen, okay, ja, Zeitersparnis hat funktioniert. Dann können wir zurück in die Änderung oder in die Anpassung gehen und können jetzt hier nochmal schärfen. Und jetzt haben wir das Ergebnis so, wie wir es haben möchten. So, jetzt können wir zurück in die Werkzeuge springen und haben den Kopf entsprechend bearbeitet. Wenn wir jetzt noch wollen, können wir das Ganze noch weiter bearbeiten. Beispielsweise im wesentlichen Bereich. Hier würde ich Verstärken AI mit einbauen. Ja, ich drehe es mal auf 50% hoch. Ihr seht, das ist das Typische, dass das Bild einfach nur etwas aufgehellt wird. Das ist altbekannt tatsächlich. So. Dann gehen wir mal aus dem wesentlichen Bereich raus. Gehen zum Weichzeichnen. So. Und hier im Weichzeichner gehen wir auch wieder auf Masken. Und sagen jetzt einfach mal Masken AI. So. Und schauen mal. Okay. Ja, das hat in dem Fall nicht funktioniert. Also nehmen wir uns die Objektauswahl. Wir haben ja die Möglichkeiten. Dann können wir auch mit verschiedenen Möglichkeiten rumprobieren tatsächlich. So. Wir können jetzt hier. Ähm. Das war falsch. Den Bereich nochmal abwählen. Ich würde gerne den Hintergrund haben. Oder wir machen es anders. Wir sagen einfach, wir fügen die Maske auf dem roten Panda hinzu. Gehen auf Pinsel. Beziehungsweise. Beziehungsweise. Och Mensch. So. Weichzeichnen. Maske. Maske anzeigen. Pinsel. Wunderbar. Dann können wir damit besser arbeiten. So. Und dann werde ich jetzt die Bereiche, die fehlen, noch nachbessern. So. Das machen wir mal eben. Das geht ja sehr schnell. Auch ohne AI. So. Wunderbar. Da muss man auch nichts rauscutten oder so. Ihr seht ja, das geht sehr schnell. Ich mache das jetzt natürlich sehr schnell. So. Wir nehmen den Bereich hier noch mit. Tatsächlich. So. Dann haben wir das jetzt ausgewählt. Dann gehen wir zurück. Wir sagen jetzt, wir invertieren die Maske. Und jetzt haben wir den Hintergrund ausgewählt. Das ist das eigentliche Ziel für heute. Jetzt gehen wir zurück in die Anpassung. Und können jetzt den Hintergrund relativ einfach und auch sehr schnell tatsächlich mit einigen der neuen Werkzeugen hier auch entsprechend schon bearbeiten. Man darf das natürlich nicht zu hoch ziehen. Sonst sieht man die Kanten natürlich. Das ist klar. Das heißt, das Ganze etwas weiter nach unten gezogen. Und jetzt kann man damit schon besser arbeiten. Wir haben jetzt hier ein einigermaßen gutes Ergebnis tatsächlich. Ich würde es sogar noch weiter runterdrehen auf, ja, sagen wir mal, 5% tatsächlich. So, wir können jetzt hier natürlich jederzeit nochmal in die Masken gehen, nochmal auf den Pinsel und können natürlich, wenn wir sagen, Okay, der Baum, den wir jetzt generiert haben für das Foto, der soll in der Schärfe liegen, dann können wir den natürlich jederzeit hier auch wieder aus der Maske ganz flexibel und auch ganz einfach vor allen Dingen rausnehmen, ja. Das ist eine Sache, die wissen die einen oder anderen höchstwahrscheinlich schon, wenn man regelmäßig mit Lumina Neo arbeitet. Für alle, die es nicht wussten, ihr wisst es jetzt. So, wenn wir jetzt noch irgendetwas an der Maske anpassen möchten, können wir das tun. Wir können auch die weiche Kante bzw. die Weichheit hier wieder für den Pinsel zurückholen und können jetzt, wenn wir möchten, hier nochmal ein wenig nachzeichnen. Das heißt, wir optimieren die Maske an bestimmten Stellen nochmal ein wenig. Wir bauen einfach ein, wir bauen im Prinzip einfach nur eine weiche Kante manuell ein. Das muss man nicht machen. Ich habe es jetzt an einigen Stellen mal gemacht, damit ihr seht, dass das natürlich noch geht. Und wir sehen jetzt natürlich, wir haben hier die weichen Kanten drin, ja. Ist okay, kann man mit arbeiten. Und wir haben die größte Änderung natürlich, wir haben den Baum, den Baumstamm im Vordergrund jetzt wieder scharf gezeichnet. Wenn wir den noch schärfer haben möchten, dann können wir auch sagen, dass wir in die Werkzeuge gehen. Wir gehen nochmal in den Supersharp AI oder in den schärfen AI und bearbeiten jetzt gezielt den Baumstamm nochmal, wenn wir das denn möchten. Ich würde jetzt gerne noch in den Stimmungsbereich gehen, das heißt, eine Lookup Table auf das Ganze drauflegen und schauen mal, Kino Look ist immer gern gesehen. So, schauen wir mal. Ja, ich finde hier Los Angeles schon sehr, sehr gut, tatsächlich. Wir passen jetzt hier die Deckkraft der Lookup Table nochmal gezielt an den Kontrast können wir auch nochmal anpassen. Ich würde ein bisschen mehr Kontrast mit reinbauen, die Sättigung können wir auch nochmal ein kleines bisschen mit zwölf Prozent nach oben ziehen, tatsächlich. Wir können das Ganze aber auch auf maximal fünf Prozent nach oben ziehen, dann knallen die Farben nicht so ins Gesicht. Ich lasse es mal bei fünf und wir schauen uns dann nochmal vorher-nachher an. Generiertes Originalbild. Original kam, wie gesagt, aus Stability Fusion XL. Und das ist jetzt die Variante, die wir jetzt aktuell mit Luminar Neo erzeugt haben. Also, ich würde das Ganze gerne noch ein bisschen matt machen. Auch das geht natürlich. Also nehmen wir uns das Matt-Werkzeug in Luminar Neo. Ich stelle das Ganze auf 24 Prozent ein. Ich sage beim Verblassen, wir nehmen 35 Prozent. Den Kontrast ziehe ich tatsächlich nochmal ein wenig nach unten. Auch die Lebendigkeit können wir hier nochmal beeinflussen. So, ich stelle sie mal auf 5 ein. Sie war vorher auf 4. Das heißt... Oder doch eher auf 10. Okay, wir nehmen 10. So, das heißt, wir haben jetzt das Matt-Werkzeug auch nochmal genutzt. Ja, ohne Matt-Werkzeug, mit dem Matt-Werkzeug, ohne, mit. Ich bin damit zufrieden. Wir könnten das Ganze, wenn wir in den Änderungsbereich gehen und wir im Matt-Werkzeug nochmal gucken, ähm, könnten wir es auch nochmal etwas einfärben. Ich drehe es mal hoch, damit ihr es sehen könnt. Das heißt, wir können hier die Range, also die, ähm... Ich würde es auch betreten als Stärke oder Deckkraft tatsächlich. Hier können wir dann auch nochmal gezielt den Farbton ein wenig ändern. Wir können so eine kleine Tönung einbauen in diesen Matt-Bereich tatsächlich, ja. Wenn wir jetzt sagen, Sättigung knallen wir komplett nach oben, nur um es mal zu zeigen, kann man hier auch nochmal etwas beeinflussen, nochmal ein bisschen Farbe mit ins Spiel bringen. Ich würde jetzt hier die Sättigung der Einfärbung auf 30% stellen tatsächlich. Wenn wir jetzt nochmal schauen wollen, ja, vorher, nachher, vorher. Nachher, das Ganze ohne das Matt-Werkzeug, mit dem Matt-Werkzeug. Ich finde es mit den Einstellungen von dem Matt-Werkzeug sogar noch ein bisschen besser tatsächlich. So, wunderbar. Das letzte, was ich jetzt noch einbinden würde, ist, ähm, im Bereich wesentlich, wie fast immer natürlich, eine Vignette. Auch dieses Mal passt sie, wie ich finde, sehr gut in das Bild rein. So, ich stelle mir hier meine entsprechenden Standardsachen kurz ein. Das heißt, ähm, komplett auf minus 100% die weiche Kante komplett raus, damit wir sehen, wie immer der Hinweis, damit wir sehen, wo die Vignettierung denn stattfindet. Und einfach, damit man ein bisschen leichter, für, für mich und einfach für euch, wenn ihr das persönlich auch zur Hand habt, um einfach einen besseren Überblick zu kriegen, wo ist denn die Vignettierung eigentlich. So, wir können jetzt die, ähm, Rundheit natürlich noch beeinflussen. Ich würde es ganz rund machen, tatsächlich. Würde die Größe, äh, ein wenig nochmal einstellen, auf ungefähr 30%. Wir haben jetzt hier 32%. Den Mittelpunkt brauchen wir eigentlich nicht zu verschieben. Das heißt, das können wir wieder ausschalten. Jetzt stellen wir noch die Deckkraft, also die Menge ein, wie stark ist die Vignettierung zu sehen. Wobei, Moment, bevor ich, bevor ich das vergesse, natürlich müssen wir die weiche Kante wieder zurückholen. So, ich stelle das Ganze mal auf minus 71%. Wunderbar. Und dann stellen wir jetzt noch die Deckkraft entsprechend ein. Das passt in dem Fall ohne Vignettierung, mit Vignettierung. Ohne, mit. Auch dieses Mal wieder der Hinweis für eure Neueinsteiger in Lumina Neo. Kleiner Geheimtipp, ähm, oder allgemeiner Tipp, je nachdem. Die Vignettierung in einem Foto immer so einbinden, dass sie für den Betrachter nicht auf Anhieb zu sehen ist. Denn eine Vignettierung ist dazu da, um den Blick des Betrachters so zu lenken. In dem Fall auf den Kopf des Roten Pandas, aber so zu lenken, dass der Betrachter es nicht mitbekommt, dass dort eine Vignette vorhanden ist. Also die Vignette ist ein schönes, kleines, ähm, Stilelement, um, 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 um den Blick des Betrachters auf einen bestimmten Punkt zu lenken, der euch auf eurem Bild oder Foto wichtig war. So, hoppala. Jetzt schauen wir uns vorher nachher nochmal an. Ein letztes Mal für heute. Also, das ist das original generierte Bild, wie vorhin schon ein, zweimal erwähnt. Das ist jetzt die Version, die wir heute mit der neuen Luminar Neo-Version erstellt haben. Unter anderem unter Verwendung der neuen Masking-Funktion. Ja? Ich zeige es nochmal, damit ihr beides gleichzeitig sehen könnt. Rechts unsere Variante, links Original-Variante. So, ziemlich. Abgesehen vom Baum und so. Okay. Ich hoffe, euch hat dieses kleine, weitere Video zu Luminar Neo in der neuen Version 1.19 gefallen. Wenn dem so sein sollte, könnt ihr sehr gerne ein Abonnement da lassen. Es ist kostenfrei. Und ich sage, wir sehen und hören uns im nächsten Video.